Hallo zusammen Ei Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Weltquest Renntag in den Bollwerken. Die spielt sich ab in Revendred. In diesem Gebiet startet hier oben. Ich bin einfach von diesem Flugpunkt aus einfach hier hingelaufen also hier hingelaufen hier ist der Flugpunkt also alles ziemlich übersichtlich. Hier darf man als erstes mit Großmarschall Mutrak quatschen. Das ist dieser NPC hier. Und ihm dann sagen ich bin bereit. Wenn man das tut hat man vor sich so einen Schubkabel. Läuft damit glaube ich automatisch und man muss den Charakter nur steuern. Man muss das Rennen gewinnen gegen so ein NPC der ungefähr so aussieht. An erster Stelle zu sein ist es nicht besonders schwer wenn man weiß was zu tun ist. Wo ich Probleme hatte war das Ziel zu erkennen. Aber das zeige ich euch. Also normalerweise sollte es gleich beim ersten Mal funktionieren. Ich bin bereit. Nun ist man sie in seinen NPC verwandelt. Mit diesen Stiefeln tut man ein bisschen beschleunigen. Man muss sie nicht als erstes nehmen. Also und mit drei Stiefeln ist man schon schnell genug um das Rennen zu gewinnen. Beziehungsweise der Buff läuft aus. Aber man kann ja neue nehmen. Und ihr seht ich bin jetzt noch hinten. Komme aber dennoch als erstes ins Ziel. Und hier ist das Ziel. Und hier könnte es sein, dass ihr Legs habt. Falls ihr Legs habt, müsst ihr einfach weiter im Quads fahren bis die Weltquest abgehakt ist. Und hier, ich mache nochmal die Map auf. An dieser Stelle ist das Ziel. Man startet also quasi hier oben irgendwo. Und dann geht es einfach diesen Weg hinunter bis hier hin. Und ihr habt gesehen, bei mir ist einmal der Buff ausgelaufen. Und dennoch habe ich es geschafft. Also denke ich mal, das ist leicht machbar. Ich hoffe, dieses Video konnte euch helfen, diese Weltquest abzuschließen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Weiterhin wünsche ich euch einen schönen Tag und gutes Gelingen. Und hey, es ist okay. Und dann... Und dann...